Ja, muss ich erst mal nachdenken. Also wir haben ein Wort in der aktuellen Beobachtung der Astronomie, Tschechnantor. Ist das jetzt nicht klingonisch, aber so heißt dieses Hochplateau, auf dem Alma steht. Das fällt mir da überein. Aber zum Beispiel Bak, oder Brack, oder wie hieß das, diese Würmer, die sie da essen beispielsweise. Oder Kaplar kennt natürlich jeder, dieser Gruß der Klingonen. Oder was fällt mir da sonst noch ein? Ein Batlet, das ist diese gebogene Waffe, die sie da haben. Und, naja, das war schon ein Wort, oder? Nein. Wir haben zwar beim letzten Vortrag ein bisschen geübt, als Hubert Zitt hier über Klingonisch gesprochen hat. Nee, kann ich jetzt nicht. Sorry. Kaplar! Aber auch Gach sind lecker. Das sind diese lebenden Würmer. Die muss man natürlich lebend essen. Ich habe es noch nicht probiert, aber kommt mal auf den Versuch an. Also lieber die Würmer und nicht zum Mars.